Gleis 3, Einfahrt S6 nach Benzheim über Mannheim Hauptbahnhof, Abfahrt 11.16 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE4 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof, Abfahrt 11.20 Uhr von Gleis 1 und RB63 nach Benzheim über Hofheim, Abfahrt 11.20 Uhr von Gleis A. Sicherheitshinweis, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Gleis 4, Einfahrt RB35 von Bingenstadt, weiter als RB35 nach Bingenstadt über Feddersheim, Abfahrt 11.50 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5, steht S6 nach Mainz Hauptbahnhof über Osthofen, Abfahrt 11.55 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S6 nach Benzheim über Ludwigshafen, Abfahrt 12.16 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IC20.05 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof, Abfahrt 12.45 Uhr. Heute ca. 25 Minuten später. Information zu RE4 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Frankenthal, Abfahrt 12.40 Uhr. Gleis 3, Einfahrt S6 nach Mannheim Hauptbahnhof über Frankenthal, Abfahrt 12.49 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt RE4 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Frankenthal, Abfahrt ursprünglich 12.40 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse IC20.05 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof, Abfahrt 12.45 Uhr. Heute ca. 25 Minuten später. Von Gleis 2 IC20.06 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof, Abfahrt 13.15 Uhr. Von Gleis 1 und S6 nach Benzheim über Frankenthal, Abfahrt 13.16 Uhr. Von Gleis 3, von Gleis 3, direkt gegenüber. Gleis 1, Einfahrt IC20.06 nach Dortmund Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof, Abfahrt 13.15 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt B und C. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt RE4 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof, Abfahrt 13.20 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse IC20.06 nach Biblis, Abfahrt 13.43 Uhr. Von Gleis 9 und RE14 nach Mannheim Hauptbahnhof, Abfahrt 13.45 Uhr. Von Gleis 2. Gleis 9, Einfahrt RB62 von Biblis, weiter als RB62 nach Biblis über Hofheim, Abfahrt 13.43 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt RE14 nach Mannheim Hauptbahnhof über Frankenthal, Abfahrt 13.45 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt RB35 von Monsheim, weiter als RB35 nach Bingen Stadt über Feddersheim, Abfahrt 15.50 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt RB35 nach Monsheim über Feddersheim, Abfahrt 16.15 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RB63 nach Bensheim, Abfahrt 16.20 Uhr von Gleis 8 und RB35 nach Alzey über Monsheim, Abfahrt 16.25 Uhr von Gleis 4, direkt gegenüber. 57.16 Uhr von Gleis 9, bis 8, bis 8.20 Uhr. Gleis 5, bis 9.20 Uhr. Gleis 5, bis 9.20 Uhr.